Hallo, wie geht's für euch? Unser Thema heute ist die Spielsachen. Im Kursbuch Plantino 2. Ja, ich möchte hier eine Frage. Was gibt es da? Was gibt es da? Karte, Verrat, Bank. Das heißt auf Deutsch die Spielsachen. Noch einmal die Spielsachen. Also jetzt, wir hören einige Worte. Und jetzt möchte ich Ihnen sprechen, sprechen Sie danach. Ja, also wir beginnen. Spiel 29, 3D, hör zu und sprich genau nach. Übung 1 Computer Uhr Schlitzschuhe Schildkröte Schildkröte Handy 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 Vier Vier Kamera Kamera? Wir stellen das doch ein Arten. Ein Lop 22 3D, hör zu und sprich genau nach. Schildkröte 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 Computer Computer Uhr Uhr Schlitzschuhe Schildkröte Uhr Ring Fernseher Fernseher Schildkröte Schildkröte Handy Handy Schier Pony Schildkröte Schildkröte Kamera! Kamera! Endlich! Möchte ich diese Worte zeigen! Endlich! Ich möchte von Ihnen schreiben, diese Worte nur zweimal in Ihrem Herz! Ja! Tschüss!